Carles Helio, unser neues Fernglas für den passionierten Jäger. Also neue Farbe, handgemachtes Zubehör, absolut geräuscharm, einfach zu bedienen, als Schutz und als Hühlenfunktion in Kooperation mit der Firma Waldkauz aus Deutschland, mit neuer Optiktechnologie, 770 Gramm leicht, gibt es in 8x42 und 10x42 und sollte dem passionierten Jäger ans Herz wachsen. Wir haben die Technik überarbeitet, wir haben ein sehr großes Seefeld, wir haben eine sehr gute Randschärfe, es ist ein sehr leichtes Produkt, mit dem ergonomischen Durchgriff bietet es für Ein- und Zweihandbedienung die nötige Ergonomie. Wir haben Griffmulden, wir haben eigentlich alles integriert, um ein türiges Glas den Jäger in die Hand zu drücken, was einfach durchdacht ist. Und wo natürlich das Wichtigste ist, das Gesamtpaket, dass es geräuschlos ist. Das heißt, es gibt ja nichts Schlimmeres, als wenn man in der Jagd etwas kleppern hört und das haben wir versucht umzusetzen. Also Back to the Roots, das war schon anfangs, in dem ersten Beginn war oben oft ein Fetzen drüber gestülpt und wir haben gesagt, okay, wir brauchen was Schönes, wir brauchen aber was Praktikables. Und das war die Idee dazu, auch mit der Farbe zu sagen, wir gehen weg von dem Klassischen, wir gehen in diese erdigen Naturtöne hinein, weil das einfach stimmig ist zu unserer Philosophie. Wir sind eben touristisch und passionierte Jäger und das ist unsere Antwort dazu. Und ja, daraus ist das entstanden. Herr Kampfer, wie sind die Vergrößerungsspektren? Was gibt es für Objektivdurchmesser, was gibt es für Vergrößerungsstufen? Es gibt zwei Vergrößerungsstufen, 8x42 und 10x42. Mehr haben wir zur Zeit nicht im Plan. Es könnte sein, dass man was nachkommt, aber jetzt in kürzester Zeit nicht, weil wir gesagt haben, wir brauchen jetzt einen Update unserer jetzigen Range und das ist die Antwort dazu. Und in Zukunft könnte es sein, dass es noch andere Produkte gibt in dieser Richtung. Also im Augenblick ist es die Pirsch? Genau, so ist es absolut richtig. Es ist natürlich auch von den Lichtwerten her sehr gut ausgewogen. Also man kann schon sagen, wenn nicht das letzte Büchsenlicht im Vordergrund steht, ist man mit diesem Produkt sehr gut unterwegs. Und jetzt natürlich noch eine wichtige Frage, wo liegen wir hier preislich im M-Verbraucherbereich? Ja, wir haben versucht eben mit diesen Suppe hier und allem, wo wir haben, ein stimmiges Produktpaket zu machen und da liegen wir bei dem 10x42 bei 990 Euro umverbindliche Preisempfehlung und bei dem 8x42 bei 970 Euro. Und zwar, vielen Dank. Vielen Dank.